Man, man, man! So, konzentrier dich Großer. 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 Nicht lamentieren. Schön gemacht. Philipp, das ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter trägt. Und weil das Hand war. Wir trotzdem weiter. Und hoch! Hin zum Ball! Hin, hin, hin! Zerba, Mati, Mati! Nicht beide vor! Mati, stürzt zurück! Zerba reicht, wenn der vor ist! Stell dich dahinter hin, die kommen über dir! Stecken durch! Weg von guter Spieler, Jungs! Mati! Raus da! Langsam rauf, langsam rauf, langsam rauf! Jawohl, ey! Bleiben, dranbleiben! Schuss! Jawohl! Jetzt! Gute Spieler, Jungs! Ey, ich steh die Hand frei hier! Ich fass euch nicht! Zurück! Ey! Wiederholen! Max, geh mit! Schenk ihm Linie! Mach, mach, mach! 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 Er riecht doch keiner, die stehen vier Mann auf jeder Linie hier! Ey, kommt mal zurück hier! Helft! Ja! Heit raus! Da sind wir! Jetzt schneller spielen können! Da brav ich mich klar! Wo ist das? So wie du Sport? Das habe ich damit gemein. Wenn vorne bleibt, dann hält er ihn ja ab! Hälfte, hätte, hätte! Fahrrad! Er muss vorne bleiben! Mensch! Und hoch! Nur einer! Lass gehen! So weit ihr! Kommt Tommi! Kommt Alex! Mach mal eben! Die gleich vor Torwart! Die gleich vor Torwart! Gegenspieler! Lichtranne! Cornelius! Weiter zurück! Tommi! Die gleiche Gegenspieler! Den ersten! Da vorne raus! Hey! Tommi! Hinter den 10! Schön! Jawoll! Saurem! Los! Weiter! Komm! Abgepost! Hilf! Jawoll! Kommt Alex! Komm! Komm! Schön Luca! Gut aufgepasst! Komm! Mach du Ecke! Halt! 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 Jawoll! Jawoll! Hier ist gleich die Wachse gegen ihn wieder nehmen! Hier ist einer! Wandel am Rauf! Wandel am Rauf! Wandel am Rauf! Woll! Sehr gut gemacht! Dann warten wir mal, dass wir kein Tor sehen! 0-0 ist okay! Für die Spielweise müssten Sie bestraft werden! Wir machen gleich ein Tor, pass auf! Das wäre natürlich auf Tor! Schade! Okay! Ja, Sie kriegen das Ding nicht! Endlich! Endlich! Ja! Jetzt kommt der Stau! Und jetzt müssen wir endlich raus! Warnung Meter! Warnung Meter! Warnung Meter! Warnung Meter! Und jetzt müssen wir endlich raus! Halt! Warte! Nicht Kaffstus! Ne, ne, ne! Leck mir noch auf den! Meine Herren, ey! Komm, Alex. Nach vorn. Wieder, wieder, zeigt euch. Kommt, der bleibt durch. Sehr gut. Einwurf. Ich wollte keine Absicht. Einfach reinlassen zu fallen. Fuß hoch! Himmel, Arsch und Sven, ihr müsst doch mal den Ball da weg. Ihr müsst doch mal den Ball da wegkriegen! Manches Kanai! Achte Minute, zweite Halbzeit. Weiter, weiter spielen! Und schiebt euch raus! Höf! Jetzt raus! Weiter, weiter, weiter! Ziele! Arsch, Mann drauf, passiert! Seid mal nach vorne! Philipp, auf den Spinner! Ja, Mann, ich komm vorne rein! Komm! Auf den Rhein! Vorwand, Junge! Du, auf dem Spinner! Ich habe auch im Hafen geflogen! Ich versuche, dass du nicht so viel aufhörst. Du, auf den Spinner! Du, auf den Spinner! Du, auf den Spinner! Du, auf den Spinner! Ich versuche, das ist ein Wunsch, das ist ein Wunsch. Schöner Schuss! Hallo Robert! Ja! Komm! Komm Niklas! Lauf hin! Jetzt steht es gerade 2-0. Halbzeit 0-0. Jetzt führen die Garza 2-0. Ja, du aber hochverdient. Keine Frage. Ja, ja. Ja, ja. Sie kriegen einfach den Ball. Unsere hatten zwar in der ersten Halbzeit zwei Chancen, aber... Oh, oh, schade. Das wäre fast eins geworden für uns. Aber ich sage mal Chancen-technisch... Nein, nein, nein. Also, sag ich mal so, die beiden Chancen waren wohlwollend gesehen bei uns, aber die Garza sind über. Muss man einfach so anerkennen. Und jetzt haben sie endlich zwei Tore gemacht, aber wie gesagt, weil unsere zu doof waren, den Ball hinten rauszukriegen. Der Elfer hier, der Pole. Ja, genau. Ja, genau. Aber dann... Mann. Jo, tschau. Mann. Mann. Keine Zweikämpfe, Herrschaften. Keine Zweikämpfe. Lähne. Sehr gut, Jungs. Sehr, sehr gut, Cornelius, Junge. Jetzt kommen die Dinger los. Komm, schieb raus. Komm. Und jetzt hier zieht sich die Schuhe auf, weil der Baller hat. Ach, Fille. Hey, wo sind wir denn? Schön. Zurück von der Jus. Zur Seite weg damit. Leit nach. Leit nach. Komm, Koppi. Sehr gut, und jetzt. Luli, zeig dich. Also, die Hand lösen. Ja, das ist ja gut. Ich bin hier in die Welt. Ich bin hier in die Welt. Der Tür wird in die Welt. Na, ich bin hier in die Welt. Oh, der ist ja in die Welt. Oh, der ist ja in die Welt. Hier mal das! Komm. Was ist das denn? Ja, heimlich auch. Komm Maxi, pass auf, hier kommt der Ball dann gleich. Langsam, 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 langsam. Mach hier hin. Mati, Mati, du musst jetzt mal ein bisschen kommen hier. Komm, Mati. Wie ist der Ball? Miet, mach du einen Wunsch. Das ist ja geil. So, dass du alles im Blick hast, ja? Das ist ja geil. Mati, mach mit Fluri, was willst du denn da hin? Was ist denn da los? Der Ball ist Feuer. Komm. Das ist ja geil. Komm. Hey, das ist jeder Schlipper. Und wieder. Wir haben alle keinen Kontakt zu der Gegenspieler. Ja, wir sind 10. Wart nicht weg hier, mach so gut. Was ist das denn? Ja, aber und nicht? Ich geh nicht hin zu der Gegenspieler. Ich geh zum Tor. Komm jetzt. Ja, ist richtig in die Säge. Alles gut, Niklas, alles gut. Mann! Ja, ja. Aber was hier kommt, ist er gar nicht. Das sind Eierdinger. Mach, steh drauf! Jetzt haben wir ihn! Geh mal! Geh! Geh! Lass ihn nicht anzurengeln! Ach! Hand drauf, Cornelius, hast du immer gemacht. So ist richtig. Links! 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 Aber ich komme noch mal schauen! Ja, das ist jetzt viel! Geh zum Torabag! Geh zum Torabag! Nichts weg! Was? Schau mal! Schau mal! Langsam auf! Jawohl! Jawohl! Jawohl, Angelina! Wo ist denn richtig? Das ist immer die Erste am Ball! Spielen! Über Außen! Herr im Himmel! Jawohl, Angelina! Hey, hey, Cornelius! Tommi! Jawoll! Max, guck mal, neben dir! Das ist deiner, Cornelius hat keinen! Siehste, da hast du uns zur Seite weg! Jawoll! Zeigen! So! Aus! Geh, Flurie! Flur, Flur, Flur! So ist richtig! Schiri, Schiri! Mati! Warte doch mal, Benjamin! Warte! 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 Lepiej puste do bramki, bo do rzuca! No! Und du warte doch mal, hast Du das elper! Warte doch mal! Nach vorne! so kann man sich auch nach vorne tanken das Niklas noch mal oder Nikolai Komm, 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 ruck machen! Mann! Kornelius, bitte! Kornelius, bitte! Kornelius, bitte! Und du holst mich an, Nikolai! Nikolai, Alex, gleich durchreden, gleich spekulieren, ja? Dann bist du diese Sekunde früh am Ball! Oh, schade! Okay! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Lauf, komm, komm! Komm, Marsch! Komm, Marsch! Ja, ja! Ja, Walfi! Komm, hol dich mal! Ja, Walfi! Ja, Walfi! Ja, Walfi! Ja, Walfi! Ja, ich wirb! Leute! Nikolai war gut! Kasuko, das war ein Einwurf! Das war ein Einwurf! Nikolai macht selber ein Wurf! Ja, ja! Also wir kennen deinen Sohn, also Leih macht schlechtere! Schlechtere, ich weiß! Komm, Marsch! Komm, Marsch! Ja! Ja! Tide wechseln! Äh, Piet! Niklas, komm, ma! Niklas, komm, ma! Was die alles üben müssen! Was die? Was die? Was die? Was die? Los! Hol den Kohl in den Ball! Wieso musst du los? Nicht los? Nee, dann lass... Ja! 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 Nicht drübbeln! Kassel! 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 Oh, super! Schwarz! Schwarz! Äh! Na! Ja! Ja! Schwarz, aus! Komm wie zurück! Komm! Hey! Hallo! Komm! Jetzt lauf durch! Ach du ruhst, du ruhst! Tönen! Jawohl! Los Flo, nachsitzen, nimm wohl! Conelius! Jawoll Finn, so ist richtig! Weiter! Abbringen lassen, immer ran! Jetzt hast du ihn wieder! Komm, Floretti, zu Tor! Komm, mach Druck! Flo, nachsitzen! Mach die Drucker, Drucker! Conelius, Conelius! Die Station haben wir an! Gut Druck gemacht! Vor Tor, vor Tor, Floretti, vor Tor, Floretti! Ach, Mann! Jetzt geht ab! Bleibt Floretti! Aufbleiben! Jawoll Nikolai! So ist es richtig! Schließt! Schließt! Ja! Das haben wir gemacht! Schließt! 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 Laufen, neben... Ja! Laufen! Wenn er den zugucken wollen! Wie es geht! Aggressiv! Rüttner! Schweig! Genau so ist sie! Servus! Und... Ja, 22. Minute war es! Und hier wieder! Komm! Komm, Axel! Komm, komm, komm! Komm, Nikolaj, ziehen wir durch. Warte, warte. Dann sind wir hier, muss wir hier mehr drin haben. Was? Ja, haben wir aber nicht. Haben wir aber nicht. Der flitzt, ey, und ich kenn ihn so. Kannst du ran hier? Ich wollte gleich ran schieben. Kannst du ja mal das reinmachen? Nein, Radion, nicht dran. Und komm. Mann, ey. Ist alles immer völlig unkontrolliert. Jawoll. Komm ab. Komm ab. Komm ab. Komm her, mach. Die holst du noch. Guter Einbruch. Komm. Jetzt. Durchstecken. Sehr gut. Gut auf die Passkommis. Sehr gut. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Danke. докумiste. Du hast es gesagt mitlaufen. nicht nur gut das kam bei mir nicht an 24 alles gut an mir angela wo ist der gegenspieler und kommt jungs zeigt euch mitmachen jetzt da kommt ja alles 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 2 Minuten zu gespielen? 2 Minuten zu gespielen? 2 Minuten zu gespielen? Spiel! Nicht verlieren! Schön, Alex! Jawohl, Alex! Du, dann zurück! Zurück! Jawohl! Geht doch! Wir hatten gerade das Tor gemacht. Wenn man sich mal ein bisschen durchsetzt und kämpfen tut. Guck mal unten, wobei verlieren. Ja, du, ich wollte nur wissen, wer das Tor gemacht hat. Nummer 13. Oh! Was für ein Zufall! Ja, selber, komm zurück! Und schlafen! Lovantine, nach vorne! Ihr habt Freistoß! Lovantine! Lovantine! Nach vorne! Ihr habt Freistoß! Geh doch mal gleich! Komm! Kommt, Leute! Nimm mal wieder! Wir haben ein bisschen durchsetzt! Nimm mal ein bisschen weg! Ja! Ich habe zwei Sekunden! Biss! Martin! Eine Körpertäuschung reicht, ey! Eine Körpertäuschung reicht! Das darf alles nicht wahr sein! Schönes Tor, Alex! Ja, geht durch! Jetzt in die Mitte rein! Maxi mit rein! Maxi mit rein! Maxi, komm her! Mach du! Komm her, Maxi! Mach mal! Ganz schnell! Tommy Cornelius, dichter dran, ey da! Max auf Tor! Ja! 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 Schirin! Gar nichts mehr machen Sie aber jetzt! Schnitzelrohr! Komm, komm, komm! Viel, gleich! Komm wieder! Komm, Flori! Und weiter, Benjamin! Jetzt ist es vorbei, jawoll! Komm, Flori! Alles geht! Nach vorne, Bob! Hau rauf! Das ist zu wenig, Martin! Schön! Schön! Hecke! Oh! Hey, vor! Hau rauf! Ja, komm doch mal! Hey! Nicht an die Gegenspieler! Ganz dicht! Wir müssen in den letzten Sekuren! Dreh uns, sichern ab! Marsch ihn richtig ran! Nein, die sieben mit! Ja, aber nur stehen! Und hoch! Ja, für Max! Geh an, Toril! Toril! Mati, weg! Weg vom Gegner, Mati! Komm her! Ja! 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 Noch movements Wir sehen, alles! da und